Und weiter geht's. Tiefer in den Wald. Tiefer in den Wald mit ganz vielen Monstern. Das war unfair und das ist wieder so ein Drache. Rufen. Gray. Gray muss ein bisschen leveln. Ich wollte nur einen davon. Zwei von den Dingern bringen mir nicht viel. Warum müssen die ganzen Drachen und die ganzen coolen Monster eigentlich nur Magie sein? Magie ist doof. Oh mein Gott. Los. Außerdem ist Natsu noch ein bisschen low vom Level. Äh, Natsu mit Gray. Verdammt. Gray, bald verlierst du dein cooles Aussehen. Tut mir leid, Junge. Na geht doch. Oh mein Gott. Ich glaub, hier muss ich schon bis Level 15 trainieren, meine Dina. Jetzt wird das hier ein bisschen ungemütlich. Jetzt gibt's noch die Köter. Die hol ich mir auch. Die Mötaköter. Und ich hab den Teleport. Ich weiß aber nicht, ob der funktioniert. Funktioniert der im dunklen Wald? Nee. Scheiße. Äh. Ich hab mal Hoffnung. Wofür gibt's dann diese Teleporte überhaupt? Geh ich mal hier rein und mal gucken, was es da gibt. Weil kann ja nicht nur zwei Sorten Monster geben in dem Wald hier. Wäre ein bisschen doof. Hm. Oh nee. Padmenti. Darf ich vorstellen? Die geupgradete Version dieser kleinen Käferdinger am Anfang. Ist doch toll, oder? Hm. Special Wasserangriff. Hm. Wie ihr seht, ich hab Sherrick nicht mehr dabei. Also den legendären Paradiesvogel. Weil ich den irgendwie... Ist denn irgendwie meins halt. Ich mach lieber meine eigene Monster. Buh. Ah, der ist schon Stufe 12. Schön zu wissen. Äh. Ähm. Ja. Autsch. 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 Wechseln. Hm. Diesmal gibt's nicht diese springenden Dinger, sondern diese Käfer. Die Hunde gibt's ja auch. Nur sehen die eben klein bisschen anders aus. Die sehen aus wie kleine Teufel oder so. Ja, ich freu mich schon auf die Bosse. Die sind nämlich super schön abnormal stark. Bleib drin. Danke. Juhu. Eingefangen. Oh Mann ey. Ich krieg hier ein Level ohne Ende. Ich kann hier ziemlich viel trainieren. Und hier ist in den dunklen Weltern das Training auf das A und O. Sonst werdet ihr ganz schnell down sonnen hier. Varys Gnade, Maltys Gnade, Falkenkragen. Ah. Als bin ich schon noch reingerannt. Ich fälle fast. Padmenti. Rückzug. Keine Lust, dich zu fangen. Vielleicht geh ich hier nochmal rein und fang mir noch ein paar Offscreen, um dann meine Monster ein bisschen hochzuleveln. Äh. Ah, komm her. Geh runter. Näh, lass mich in Ruhe. Ah, da sind sie, die Hunde. Und sogar noch Luft. Hakaru. Die schielen voll. Die sehen aus, als hätten sie voll die angeschwollenen Augen. Aber egal. Ich glaub, das waren nicht Magie. Ne, das waren keine Magiemonster. Das waren reine Angriffs. Ja. Special Feuerangriff mit Kraft. Uhuhu. Ah, ich hasse dich. Okay. Die können die Umgebung ändern. Sind das doch Magie? Ja, da seht ihr mal. Egal. Egal, egal, egal. Fangen. Die gibt's auch noch in Feuer, die Hunde. Die sehen aber irgendwie total abgemagert aus. Oder täusche ich mich? Fump. Da hab ich ihn. Drachen, Käfer und Hunde. Es gibt, glaub ich, noch ein viertes Element. Äh, viertes Monster hier. Oh Gott, ich heil die mal. Wir kommen im Käferwald der Unterwald. Äh, Unterwelt. Unterwald, ja. Äh, okay. Jetzt bin ich aber mal fies zu euch. Also nicht zu euch, sondern zu den Monstern. Haha, nein, schade. Wo, wo, wo ist es? Wo ist es? Schlafsporn. Oh, hier sind auch keine. Doch. Hey, ich bin nicht reingelaufen. Ach, du Scheiße. Wie viele sind das denn? Ja, Schlafsporn sind sehr gut. Das sind mein A und O für einen ewigen Korridor. Nein, ich will nicht. Skira, Ski, Srikarta. Rückt so. Oh mein Gott, lass mich abholen. Danke. Ähm, nur manchmal versperren der die Gegner so unnötig den Weg, dass man gar nicht mal durchkommt. Egal ob sie pennen oder nicht. Ey, die sind ja diesmal Wasser. Fang. Uh, Squimel rufen. Äh, Gray. Also, ich sag euch eins. Ich werde hier Offscreen trainieren und fangen nach dem Video. Und dann hauen wir dem Boss mal eins drauf. Oh, genau, die Hälfte abgezogen. Haha. Boom. Ich glaube, der Boss ist Feuer. Der Boss ist Feuer. Der Boss ist Feuer. Glaube ich. Ich weiß es nicht mehr. So, im Libellenwald habe ich gar keine Ahnung mehr, was auf uns zukommt. Ich erinnere mich nur noch an die roten Drachenviecher. Die aussehen, als hätten so einen Morgenstern am Schweif. Oh Gott, sind die hartnäckig. Vielleicht mache ich mir auch ein Monster, das alle vier Elemente hat jetzt. Vielleicht muss Grey nicht herhalten, weil ich aber stark bezweifle. Boom. Angriff. Grey nicht sterben. Die sind ganz schön stark, die Dinger, dafür, dass sie Käfer sind. Sieht aus wie so eine Heuschrecke. Sollte wahrscheinlich auch darstellen, so eine Abwandlung von einer Heuschrecke. Aber ich werde mich beeilen. Naja, ich habe mir überlegt, ihr kennt ja den Käferwald sowieso. Deswegen werde ich mal vor dem Boss, also vor dem Boss mal Halt machen. Dann muss ich hier nicht aufzeichnen. Es gibt ja in einem Unterweltding, ist ja gar genau gleich wie der normale Spinn... Äh, Käferwald, habe ich es bald. Nur halt, dass die Monster anders sind. Aber da schnarchen sie alle. Ach, wie süß. Scheiße. Und da steht mir ein Ding im Weg. Muss wohl sein. Squimmel. Rottzug. Warum stehen die mir alle im Weg? Das ist grausam. Tring. Und bitte bleibt noch... Nein. Ich wollte gerade sagen, wachen die Dinger jetzt auf. Oh, Leck. Man kann... Ich kann schon vorbei rennen und nicht voll Pfosten rennen. Das ist die Steuerung, nicht ich? Das ist die Steuerung. So. Die Steuerung ist alle schuld. Ui. Und wir hauen nur noch ab vor den Monstern. Und ich glaube, ich benutze nochmal Schlafspore. Ja, ich glaube, das ist eine gute Idee, Schlafsporen zu benutzen. Ähm. Da. Wir sind immer ganz unten. Wenn ihr sortiert. Genau. Ratzt ein und lasst mich in Frieden an euch vorbeiziehen. Puh. Ah. Oh mein Gott. Wie soll ich da durchkommen? So komme ich da. Ugh. Ich habe es geschafft, ohne in Monster reinzurennen. Und wir sind ja schon gleich beim Boss, ne? Nur damit ich sagen kann. Hier. Ihr habt den Wald gesehen. Und da, wo Chores Hütte ist, ist eigentlich auch der Boss. Ich werde noch ein bisschen hier rumrennen und gucken, was es Anständiges zu fangen gibt. Naja. Okay, dann mache ich einen Schnitt und wir sehen uns gleich wieder hier mit stärkeren Monstern und so weiter und so fort und machen den Boss mal platt. Also, bis später. Bis später. Vielen Dank.